Weiter geht es mit einer neuen bissigen Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder reinknurrst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Bella, die das letzte Video mit einer gekauten Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, bewerten und kommentieren. Es ist super mega easy. Was ist denn los, Hund? Was ist denn los? Oh, nice, das Boot. Das Bootflugzeug. Hund, wir übernehmen. Das Ding macht alles von alleine. Das ist Service. Das ist wirklich purer Service, oder? Geil. Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Von hier oben sollte Pirgir leicht zu finden sein. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Äh, wo wir beim Thema sind. Drache! Arthas! Mir geht's gut. Und dir? Hm. Ah. Er schien wütend zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wo sind wir überhaupt? Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr hier rauszufinden. Okay, hier kann ich ein bisschen was snacken. Ist das schon der offizielle Weg, oder geht's da unten auch weiter? Ein mystisches Tor. Ein neues Gebiet. Ein neues Tor. Wow. Ein Augenblick. Ja, warum, ne? Warum ist hier so ein verdammter Tor-Blitzschlag? Äh, Junge. So kann man's natürlich auch machen. Let's go. Alter, was? Oh Mann, ich wollte den coolen Finisher sehen. Okay. Look at this. Willkommen in meiner Time-Bubble. Ja, ne geile Fähigkeit, wie ich finde. Oh nein, Level 6. Ist der Drache auch Level 6? Denn ich bin noch nicht Level 6. Na, schau mal hier. Okay, hier muss es Nacht werden. Hier ist Luz. Der Drache chillt da hinten. Alles gut, oder? Oh, ein Riss. Hm. Wo bin ich? Der Krater. Ein ganz eigenes Gebiet. Ich verstehe das nicht. Wir haben Waren gelebt. Das ist nur ein Krater. Es war kein Krater, als sie hier lebt. Irgendetwas ist passiert. Was? Wie? Eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Hm. Okay, wie viel hat er davon? Irgendwann wird ihm die Munition ausgehen. Sieht aber ziemlich geil aus, die Gegend, finde ich. Sehr, sehr schick. Okay, hier ist was. Geil. Er ist mal schön daneben gelaufen. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Bam, 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 bam. Okay, ich glaube, die Viecher hier in der Gegend sind ziemlich strong, kann das sein. Boah, Kätzchen. Waren aber mal zwei. Waren doch mal zwei. Und der ist auf Level 6. Der Dude. Guck mal, wenn einer Level 6 ist, wie stark er einfach direkt ist, ne? Vergleich. Ey, ganz easy, Kumpel. Er ist tot. Beruhig dich. Was da hinten ist, ist auf jeden Fall schon mal nicht tot. What the heck? What? Oh, ich hab ne Idee. Was? Okay, das funktioniert nicht. Eu, 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 eu. Alright. Boah, der Typ ist strong. alter alter hört er gar nicht mehr auf was macht er wieder die nummer hier komm, let's go oh oh what? hat nicht gezogen, der shit alter, es juckt ihn null rage, juckt ihn null krass, 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 krass alter, was denn, bad ass mother f oh mein gott, alter ist der mit durch unaufhaltbar, der dude oh oh ja, toll sauber so schnell macht er seine Kombo, richtig bitter okay, jetzt wissen wir Bescheid der ist mit allen allen Seifen und Gewässer dieser Welt gewaschen der wird nicht so easy habe ich hier irgendwas spannendes, wo ich nutzen könnte hier na na ja, was ist denn jetzt wow, 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 wow juckt ihn null juckt ihn alles null Du bist ein übler Dude. Krass, alter, krass. So, eins. Das wirkt ihm wirklich null. Oh nein, der macht ja noch einen hinterher. Ich dachte, ich hätte jetzt ein Fenster. Das hat schon Reichweite, der Dude. Was? Oh, come on. Wo waren die Heilungen hier drüben? Na gut, nee, das war total wasted. Na ja, wenigstens ein bisschen was abgezogen. Na knapp. Wieder ein bisschen was abgezogen. Junge. No. Oh, getroffen. Was, der macht noch eine Runde oder was? Nee. Oh, ich dachte, der setzt es einfach zweimal ein. Gebt es einfach wieder auf. Ey, ich wünsche, man könnte das abbrechen. Okay, ein bisschen Heal. Oh, der macht noch mal. Und noch mal. Und... Oh, war das dumm? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er wütend. Was haben wir denn hier? Ja. Alter, was ein Brocken. Der war übel. Was war das denn? Vielleicht verrät uns sein Tagebuch. Der war richtig übel. Geschrieben von Pirvil. Vielleicht hatte dieser Kerl es auf ihn abgesehen. Ich habe keine Ahnung. Hier liegt... ...ne Leiche mit irgendeinem Blitzdings in der Brust. Irgendwas hält er in der Hand. Keine Ahnung. Vielleicht eine Frau? Weil nebendran lag noch sowas ähnliches wie ein Kamm oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber... ...der war nicht von schlechten Eltern, der Dude. Der wollte rangeln. Und zwar extrem rangeln. Look at this. Die senken. Oh, ne. Direkt so eine Spuckjohle. Oh, ne. Ungezähmte Wut? What is going on? Leute, ich bin auf so einen Kram nicht vorbereitet. What the... What the... Puh, Alter. Und die stehen noch mitten in der Säure. Okay, ich habe keine andere Wahl. Ich muss upragen. Boah, hält die viel aus? Was ist das hier? Ein Teil der Bossgegner? Bamm. Das ist mir hier eine schöne Schelle gegeben. Oh. Oh. Kombus ohne Ende, hm? Stehst du auf Kombus ohne Ende, dann bist du hier genau richtig. Oben ist noch die Rotzpflanze. Ich mache ihm keinen Schaden. Oh, ich habe aber auch echt immer ein Talent. Wo ist sie hin? Sie wird zurückkommen. Jägerinnen behaupten, Skari zu verheben. Aber sie töten aus Freude am Töten. Das hätte sie nicht gewonnen. Nein. Dahinter steht ein Zweck. Wir erkennen ihn nur nicht. Aber was für ein Zweck. Außer mir auf die Nüsse zu gehen. Ist eine üble Gegend hier, ne? Ist echt eine üble Gegend. Oh nein. Was ist das denn jetzt? Er ist ja nicht ein Drache noch. Oh, Kacke. Was ist das hier für ein Verein? Au. Ah, ist Sturm. Wölfer. Alter, einer übler als der andere. Was macht das Ding da? So, ist noch... Au. Eingefroren. Ich habe einen Baum. Ich brauche das. Oh Gott. Hier geht es gar nicht gut. Adreus, da musst du jetzt alleine durch. Junge. Alter. Wow. Bombardier, die alte Hexe. Wow, 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 wow. Ich habe halt nichts, Alter. Ich habe nichts. Alter, dass ich das geschafft habe, ne? Aber wie ist das Hader hier? Manche Waren wörmten sich dunkler Magie zu, um sich gegen die Asen zu verteidigen. Das führt, äh, zu Konsequenzen. Dass ich das eben geschafft habe, äh, pures Wunder. Die Beben. Ihre Quelle liegt hinter dem Tor. Wunnen wir drum herum. Das ist irgendein riesiges Monster. Das ist dir schon bewusst. Irgendwas Aufschlussreiches? Wenn du dies liest, sind wir tot. Wenn du dies liest, gehörst du zu den Asen, die uns letztendlich erwischt haben. Wenn du dies liest, hast du mehr Neugier gezeigt als deine Asengeschwister. Wenn du dies liest, wisse, dass wir zwar versagt haben, es aber andere geben wird. Wenn du dies liest, wisse, dass jede Herrschaft endet und alle Imperien untergehen. Wenn du dies liest, wisse, dass wir beide uns eines Tages in Hailheim treffen werden. Und ich werde immer noch meine Magie besitzen und einen erbarmungslosen Hass auf dich und deine Art versprühen. Da ist eine Menge Hass, yo. Okay, das Gebiet ist echt vollgepackt. Durch das hier bist du. Der Boss braucht deine Hilfe, um den Hirsch zurück zum Weltenbaum. zu bringen. Wohlgemerkt, der Boss. Nicht ich. Mir geht's klasse. Hab mir den Bauch mit Hirschfutter vollgeschlagen. Ich genieße das Leben, aber ja, sprich mit ihm in der Zwischenwelt, wenn du gerade Zeit hast. Ein Hirsch für alle Jahreszeiten. Ich dachte schon, der sieht sehr besonders aus, der Hirsch. Da muss ich aber auch das Portal... Sollen wir kurz mit ihm reden? Was gibt's hier noch? Boah, was ist das denn? Boah, da oben war so ein blubber Pilz. Ich will gar nicht wissen, was hier schon wieder alles gleich haben. Schon wieder dieser Drache! Nein, ein anderer. Wir wollen doch nicht, dass ich jetzt den Drachen hier... Ich hab nichts, Leute! Ich habe... nichts! Oh, der floggt aber auch alles, der drüben ist. Wow! Sohn! Geht's dir gut da hinten? Der wird ganz schön verkloppt beim Junior. Wir müssen die Säule zerstören! Moment, wir haben hier gerade... Große Probleme! Die Säule zerstören, das sagst du so easy! Wow! Ich sehe ja noch nicht mal, wo ich den hinschleudern muss, Junge! Ne, dafür verschwende ich jetzt nicht meinen Stein. Ich nippel ab. Hm. Ah, ne, 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 ne. Ich muss den erstmal verjagen. Der bombt ja da alles weg. Wo speit der denn hin? Ah, ich kann nix einsammeln. Autsch. Okay, hier komme ich nicht rüber. Aber wo... Ah, ich sehe... Jetzt sehe ich den Schwachpunkt. Davor habe ich ihn gar nicht gesehen. Wir müssen die Säule zerstören. Ja, ja, jetzt warte mal. So. Dann bin ich erstmal hier aufgeschreckt. Aber jeder bombardiert mich mit Kram. Die Säule muss die Säule auch zerstören. Ah, aber erstmal schmeißt er hier seine Kotbrocken, seine brennenden. Und? Ne, ne, ne. Der da muss weg, Junge. Er dreht komplett durch, der Sack. Junge, jetzt gib ihm. Achtung. So. Den haben wir schon mal. Leute. Ich würde sagen, weiter geht's. Beim nächsten Mal. Hatrius bekommt ganz schön auf die Nase. Wir werden kommentieren. Auf Wiedersehen. Und tschöööööö.